So, heute wird das Skitour auf den noch unverspurten Hühnerkogel. So, da geht es jetzt um zum Oberwälzer Hühnerkogel. Da werden wir oben gehen und da drinnen werden wir dann da befahren. Jetzt geht es schon weg, das ist ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist die zweite Skitour auf der Abfahrt vom Hühnerkogel. Diesmal Richtung Busarbeiter, wo ich aufgegangen bin. Die Sicht ist leider weg und die Sonne. Oben ist windig geworden. Das ist die nächste Bescheid. Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020